Feuchter Vertrag – entsetzlicher Blasendrang beim Kunden Der Termin mit dem Softwareentwickler Keno ist für die Versicherungsangestellte Jill von großer Wichtigkeit. Ihre volle Blase hat jedoch andere Pläne. Der Pinkeldrang wird immer stärker, aber ihr Anstand verbietet es, nach dem WC zu fragen. Sehr zu Kenos heimlicher Freude, der die hocherotische Pinkelnot frivol genießt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr